Heute ist Mittwoch, der 21. August 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag ein Ü-Ei. Heute habe ich für euch wieder ein Kinder-Joy-Ei der Fast & Furious-Serie. Diese gibt es ja noch einmal mit dem MHD Januar 2025. Wir hatten schon einige Inhalte, Autos, Spielzeug und auch Figuren. Ich bin gespannt, was heute enthalten ist. Bei dem Fast & Furious Kinder-Joy-Ei, heute für den 21. August 2024, hier bei unser Sammler-Team. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Wir hatten also eine Figur der Fast & Furious-Serie. Seid auch morgen wieder mit dabei, bei Jeden Tag ein Ü-Ei. Bei unser Sammler-Team. Schreibt gerne einen Daumen nach oben und natürlich auch ein Abo da. Dann verpasst keine Folge. Bis morgen, ihr Lieben. Alles Liebe. Euer Stefan. Macht's gut.